Durch einen Unfall bin ich, habe ich von vorne aufgehört, bin dann beim Sternanfang, wo ich eigentlich nicht vorgekauft hätte, dass ich den Bus fahre. Das tut mir eigentlich sehr gut. Das sind die Kollegen sehr super und die Firmenleitungen. Wahrscheinlich in Pension geht auch, weil es mir so gefällt. Wir haben Linienverkehr, wir haben einen Kindergarten, Schüler, hin und wieder Sonderfahrten. Ich fahre alles gern und also hat das Gemischte gefällt mir. Weil es einfach abwechslungsreich ist, der Umgang mit den Menschen, mit den Nikolini, ein Tour in Wolfsselbach.